Bleiben Sie rechts, dann biegen Sie die zweite Straße rechts ab. Nach 400 Metern biegen Sie rechts ab A1 E60 Richtung Wien, dann fahren Sie auf die Autobahn. Biegen Sie rechts ab, dann fahren Sie auf die Autobahn. Folgen Sie A1 E60 Richtung Wien für 129 Kilometer. Biegen Sie rechts ab. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018